Es gibt immer wieder Serien, die einfach viel zu weit gehen. Was für die einen einfach nur gute Unterhaltung ist, ist für die anderen ein riesiger Skandal und ein Grund, sofort umzuschalten. In diesem Video stellen wir euch heute acht berühmte Serien vor, die viel zu weit gingen. Mit dabei sind TV-Shows, bei denen sogar Mediziner die sofortige Absetzung forderten und Episoden, die so extrem waren, dass sie für immer aus dem Fernsehen verbannt wurden. Es wird also spannend, hier bei Wissenswert. Ach und lasst uns doch mal in den Kommentaren wissen, was eure Lieblingsserie ist. Beginnen wir unsere Liste mit einer Serie, die zwar extrem beliebt ist, aber auch regelmäßig für heftige Kontroversen sorgt. Die Rede ist von Family Guy. Kaum eine Serie bekommt regelmäßig so viel Gegenwind. Es gibt sogar einige Folgen der Sendung, die niemals ausgestrahlt wurden, weil sie einfach viel zu weit gingen. Auch die Episode »Ein Davidstern am Himmel« löste damals heftige Kritik aus. In dieser Folge ist Familienoberhaupt Peter finanziell total abgebrannt und konvertiert zum Judentum, weil er glaubt, dass ihm das einen wirtschaftlichen Vorteil bringen würde. Ein Thema, das für viele Menschen einfach viel zu weit ging. Selbst 20th Century Fox, die Produktionsfirma der Serie, weigerte sich zunächst, die Folge auszustrahlen. Vor allem der Song »I Needed You«, den Peter in der Serie zum Besten gab, kostete sie beinahe sehr viel Geld. Das Lied ist nämlich eine Parodie auf das Lied »When You Wish Upon a Star« aus Disneys Pinocchio. Und die rechte Inhaber des Liedes verklagten das Produktionsstudio. Sie waren der Überzeugung, dass die Version von »Family Guy« so negativ und schädlich wäre, dass das Lied seinen Charme völlig verliere und wollten deshalb sogar vor Gericht ziehen. Letztlich ließen sie die Klage zwar noch fallen, trotzdem gilt die Episode bis heute als eine der umstrittensten der ganzen Sendung. Weiter geht's mit einer Serie über vier nerdige Wissenschaftler und eine blonde Kellnerin, die gleich gegenüber wohnt. Wahrscheinlich glaubt ihr jetzt, dass wir von der Serie »The Big Bang Theory« sprechen. Doch das tun wir nicht. Wir meinen die Serie »The Theorist«, die in Weißrussland ausgestrahlt wurde. Ja, ihr habt richtig gehört. In Weißrussland gibt es eine Serie, die »The Big Bang Theory« aus den USA dreist kopiert haben soll und damit natürlich viel zu weit ging. Nicht nur der Inhalt der Serie wurde eins zu eins übernommen, auch die verschiedenen Charaktere sind alleine vom Kleidungsstil Sheldon, Leonard und Co. ganz einfach zuzuordnen. Sogar Sheldons braunes Ledersofa steht im nachgemachten WG-Wohnzimmer. Zudem leben auch die weißrussischen Physiker mit den Namen Sheldon, Leo, Howard und Ratsch in unmittelbarer Nähe der hübschen Kellnerin Natascha, die stark an Penny erinnert. Sogar der Titelsong und der Vorspann sind eine Kopie des Originals. Serienschöpfer Chuck Lorre reagierte damals fassungslos, allerdings leiteten er und sein Studium keine rechtlichen Schritte ein. Denn auch wenn der Ideenklau zwar offensichtlich ist, sahen er und die Rechtsabteilung seiner Firma keine Chance vor Gericht zu gewinnen. Die Produktionsfirma, die hinter The Theorist steht, soll nämlich in weißrussischem Staatsbesitz und damit quasi unangreifbar sein. Weiter geht's mit der US-Serie 13 Reasons Why, die beim Streamingdienst Netflix zu sehen ist. Die Serie, die auf dem gleichnamigen Roman basiert, sorgte schon vor der Ausstrahlung der ersten Staffel für kontroverse Diskussionen. Sie ging für viele Menschen eindeutig zu weit und Kinder- und Jugendärzte forderten sogar die sofortige Absetzung. Aber worum geht es in der Show überhaupt? Die Serie setzt sich mit der Hauptfigur Hannah auseinander, die sich aus purer Verzweiflung das Leben nimmt. Im Laufe der Show wird schließlich die Frage behandelt, welche schrecklichen Ereignisse Hannah zu so einem dramatischen Schritt trieben. Kritiker warfen den Machern der Serie vor, dass die behandelten Themen viel zu heftig seien, vor allem für ein junges Publikum. Insbesondere Hannahs Ableben würde laut Kritikern viel zu explizit gezeigt werden. Sie wollten sogar die Ausstrahlung verhindern, doch die Macher von 13 Reasons Why verteidigten ihre Serie. Sie waren der Meinung, dass die besagte Szene eher abschrecken, als andere Jugendliche zum Nachahmen verleiten würde. Dennoch nahm Netflix die Kritik sehr ernst und blendete vor Beginn jeder Folge eine Warnung sowie Hilfenummern ein. Auch die kontroverse Szene wurde später noch einmal in der Postproduktion bearbeitet. Mittlerweile ist deshalb bei Netflix nur noch eine stark geschnittene Version zu sehen. Kommen wir als nächstes zu Breaking Bad. Die Serie über den Chemielehrer Walter White und seinen ehemaligen Schüler Jesse Pinkman hat seinen Fans viele denkwürdige Szenen beschert. Aber kaum einer hat so einen Kultstatus wie der Pizzawurf aus Staffel 3. In der besagten Szene wirft Brian Cranston alias Walter White aus Frust eine Familienpizza auf das Dach seines Hauses. Eigentlich eine eher harmlose Szene in der Serie, doch für eine bestimmte Person ging dieser Moment eindeutig viel zu weit. Und diese Person ist Frances Padilla, die die eigentliche Bewohnerin des berühmten Hauses in Albuquerque in New Mexico ist. Seit die Folge mit dem Pizzawurf zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, führt sie kein normales Leben mehr. Immer wieder tauchen wildfremde Menschen vor ihrem Zuhause auf, machen Fotos, klauen Dinge aus ihrem Garten oder werfen Pizzen auf ihr Dach. An einem Wochenende sollen über 100 Menschen vor ihrem Haus gestanden haben und sie musste danach unzählige Pizzen von ihrem Dach entfernen. Die Situation geriet dermaßen außer Kontrolle, dass sich sogar die Produzenten und Schauspieler der Serie einschalten mussten. Sie baten die Fans darum, keine Pizzen mehr auf das Haus der Frau zu werfen. Doch die Lage spitzte sich immer weiter zu. Mittlerweile hat die Hausbesitzerin einen 1,80 Meter hohen Zaun errichten lassen und sie hofft, dass sie nun endlich in Ruhe gelassen wird. Machen wir weiter mit einer Show, die zwar vor der Kamera nie für Kontroversen sorgte, aber bei der es hinter den Kulissen ordentlich gekracht haben soll. Die Rede ist von der Ellen DeGeneres Show. Die Entertainerin mit einem geschätzten Vermögen von 330 Millionen Dollar setzt sich eigentlich für die Rechte anderer Menschen ein. Sie ist dafür sogar seit 2016 Trägerin der präsidialen Freiheitsmedaille und besitzt somit eine der höchsten zivilen Auszeichnungen der USA. Doch all das passt nicht wirklich zu den Vorwürfen, die im letzten Jahr über ihre Show bekannt wurden. Über 35 ehemalige Mitarbeiter hatten nämlich öffentlich schwere Anschuldigungen erhoben. Sie sprachen von einem toxischen Arbeitsklima und es ging um Belästigung, Rassismus und Mobbing bei der Ellen DeGeneres Show. Dabei drehten sich zwar die meisten Vorwürfe um die Produzenten der Sendung, doch auch Ellen DeGeneres selbst erntete heftige Kritik. So soll ihre nette Art vor der Kamera nur gespielt sein, während sie sich hinter den Kulissen wie eine Diva verhalten würde. Das Image der Moderatorin bröckelte und für viele Zuschauer gingen diese heftigen Anschuldigungen einfach zu weit. Ellen DeGeneres entschuldigte sich schließlich bei allen Mitarbeitern sowie beim Publikum und die beschuldigten Personen wurden seitdem entlassen. Weiter geht's mit Two and a Half Men und damit einer weiteren Serienschöpfung von Chuck Law. Die Serie wurde in über 40 Ländern ausgestrahlt und Fans hielten ihr zwölf Staffeln lang die Treue. Kritiker der Sendung waren allerdings froh, als 2015 endlich die letzte Folge ausgestrahlt wurde, denn für sie ging die Serie eindeutig zu weit. Sie bezeichneten die Serie sogar als einen schlechten Herrenwitz in Dauerschleife und warfen den Machern der Serie vor, ausschließlich sexistische Stereotypen abzubilden. Außerdem bemängelten sie, dass der gesamte Humor der Serie auf Sexismus und Chauvinismus beruht. Laut Kritikern werden die Frauen in der Sendung ausschließlich auf ihr Aussehen reduziert, während die männlichen Hauptdarsteller vor allem an Alkohol interessiert sind und daran mit möglichst vielen Frauen im Bett zu landen. Männliche Protagonisten, die diesem Bild nicht entsprechen, würden beleidigt und ins Lächerliche gezogen werden. Für viele Zuschauer ging der Humor der Serie damit viel zu weit. Sogar Angus T. Jones, der in der Serie Allens Sohn Jake spielte, wandte sich von der Sendung ab und bezeichnete sie öffentlich als Dreck. Er riet sogar davon ab, sich die Sendung im Fernsehen anzusehen. Machen wir weiter mit einer anderen Serie, die ebenfalls eine heftige Debatte auslöste. Die Rede ist von der Serie Insatiable, die 2018 beim Streamingdienst Netflix lief. In der Serie geht es um die Teenagerin Patty, die aufgrund ihres Übergewichts von ihrem Umfeld gemobbt und niedergemacht wird. Als sie nach einem Zwischenfall massiv abnimmt, nimmt sie anschließend Rache an allen Menschen, die ihr jemals wehgetan haben. Kritiker waren geschockt von dieser Thematik und für sie ging die Serie eindeutig zu weit. Sie warfen den Produzenten unter anderem Fatshaming vor und es wurde sogar befürchtet, dass die Fernsehserie zu Essstörungen bei jungen Mädchen führen könnte. Deswegen starteten sogar einige Menschen eine Petition, um den Start der Serie zu verhindern, beziehungsweise um die Serie sofort wieder abzusetzen. Über 236.000 Menschen unterschrieben die Petition und auch in der Presse wurde Insatiable extrem verrissen. Doch Netflix hielt zunächst an der Serie fest und profitierte am Anfang sogar von der kontroversen Berichterstattung. Auch die Produzenten verteidigten die Show und nannten die Serie eine reine Satire. Nach zwei Jahren war dann allerdings Schluss. Netflix beendete die Serie völlig überraschend nach der zweiten Staffel. Kommen wir zum Schluss noch zu einer weiteren Serie, die laut Kritikern immer mal wieder die Grenzen des guten Geschmacks überschreitet. Doch mit ihrem Ausflug nach Rio de Janeiro sorgten die Simpsons für reichlich böses Blut in Brasilien und brachten sogar den damaligen Präsidenten des Landes gegen sich auf. Aber beginnen wir ganz von vorn. In der Folge, das ist alles nur Lisas Schuld, reisen die Simpsons nach Brasilien, um Lisas verschwundenen Brieffreund Ronaldo zu suchen. Dabei ließen die Macher allerdings kein beleidigendes Vorurteil aus. Das Land wird als dreckig und von Ratten verseucht gezeigt und die Brasilianer werden als sehr kriminell dargestellt. Außerdem brachten die Macher fälschlicherweise die brasilianische Kultur mit der anderer lateinamerikanischer Länder durcheinander, was in Brasilien für große Empörung sorgte. Schließlich wurde sogar die brasilianische Tourismusbehörde auf die Simpsons-Folge aufmerksam und drohte dem Studio damit, sie wegen der negativen Darstellung sogar zu verklagen. Schließlich hatten sie gerade erst 18 Millionen Dollar in eine Image-Kampagne investiert, die durch die Simpsons vollkommen ruiniert wurde. Die Klage wurde zwar fallen gelassen, aber das Studio Fox distanzierte sich öffentlich vom Inhalt der Folge und der ausführende Produzent James L. Brooks entschuldigte sich persönlich bei Rio de Janeiro. Das war's nun auch schon mit unserem Video. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welche Serie für euch denn zu weit gegangen ist. Oder ob euch vielleicht auch noch ein anderer schockierender Moment aus einer Serie einfällt, den ihr viel zu heftig fandet. Ansonsten liked das Video, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!